Moinsen Hello, wir haben jetzt die letzten 20 Parts nicht begrüßt, müssen wir jetzt nicht mehr da anfangen Ich weiß Obwohl doch ich... Ah, wieder ein klarer Himmel Ja... Oh nein, ganz so klar Ah, das ist das mit der Küche, oder? Ja Komm, Tarot, Karten, Tarot, Karten Was waren nochmal die anderen Quest-Gegenstände? Was gibt's denn noch? Äh, Spieluhr... Voodoo-Puppe... 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 Der Wandspiegel... Den hätten wir auch mal gerne... Oh, knapp! Stö, der wäre geil! Und... Der ist unter Bord Ah, das haben wir auch schon lange nicht mehr Ja, ich guck mal... Voodoo-Puppe... Hier hat er was umgeschmissen Küche 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 Okay Ist das ein besonderer Fingerabdruck? Es gibt einen, der einen besonderen Nö... Sechs Finger hat der dann... Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war... Er hat aber keine Sechs... Wo ist das Futterbrat? Ist es Jagd? Nein, nein, die steht hier nur. Hast du den fotografiert? Ja, ich hoffe es. Oh, wir auch. Wie heißt du? Was kann sie überhaupt nicht sein? Bist du hier? Ich wollte gerade einfahren. Bist du hier? Achso, kann ich mir die Lampen wieder schieben? Puta, es reicht. Bring mal die Dots mit. Sir, ja Sir. Es kann nicht die Box sein. Alles aus der Box noch, also Dots, Ohr, Buch oder Gefrier. Ich glaube nicht, ich stehe. Was? Wie soll der denn nicht frei Willkommensmatten? Ist der bescheuert? Wir brauchen auch die Schicks dabei. Liegen hier schon. Oh boy! Geil. Was? Ach du? Haha, komm zu mir! Ja. Trau dich. Wer hat die Katze ausgemacht oder nicht? Öp, wir machen das selber sieh. Eieieieieieie. Oh, der ist hier rein. Ja komm, zeig dich! Ich seh dich, wenn du neben mir bist. Und so wenn er damit interagiert. Wo ist denn die Videokamera? Weißt du wo die Videokamera ist? Auf dem Küchentisch, links von der Küchenzeile, zwischen den Stühlen Ah, da Stärke 5 gerade Weiche Saate Die Kerze ist aus Ihr habt Aufgaben erfüllt Gefrier Noch Kruzifikt und letzter Hinweis Es ist ein Jhin Jiv? Jhin Wieso? Weil Gefriertemperature Achso Ah, Kruzifixen noch Gott für mich Ja, ich muss nur noch jagen Was sind das für Profi hier? Wir sind Profi Boah, echt das Creepy mit deinen Dotsie Jag Was war denn der Jhin? Ist keine Jagd, ist keine Jagd Du kannst uns ja mal verarschen, wir haben keine Angst vor dir Was war denn der Jhin, wenn Licht an und aus ist? Für die Frage, nächste Frage Er stirbt schon wieder Ja Du spielst Spielchen mit uns Naja, er ist nur irgendwas mit Strom Beziehungsweise wird er schnell, wenn er weg ist Also Strom aus Wieso aus? Wo ist dieses Ding? Weil, wenn er kein Strom hat Wenn Im Ort sein Strom zu entziehen hinter den Jhin am Nutzen seiner Fähigkeiten Ah Ja, Strom aus Wo ist denn der? Guck mal im Van Warte Tag Hände Was hat Du war wer Meist Als Came Ich weiß nicht, wie ich die Möcke im Wagen händere. Den Schalter drücken. Schalter. Ähm, wie konnte er jagen? Wo sind die Kruzifixe? Der kam irgendwie aus der Ecke, wenn wir uns. Wir haben nur ein Kruzifix. Ja. Ich glaub, der kam aus der Ecke. Wo sitzt der Strom? Im Keller? Im Keller, ja. Ist der Strom überhaupt an? Der Strom ist schon aus. Ja, hier in der Ecke. Definitiv. Ja. Wie jagt er denn hier? Ja, hier in der Ecke. Ja, hier in der Ecke. Ja, hier in der Ecke. Wer hätte es überhaupt noch mal gewesen? Äh, Gin. Gin. Ja. Ich würde sagen, wenn einer von uns noch stirbt, hört der andere ab. Fürs Geld. Ja, ja. Oh, jetzt hätte ich das Kruzifixe geschnitten. Ah, das wurde angegriffen. Ja, Kruzifix. Wir können abbauen. Ja. Ja, heute war nicht dein Tag. Nee. Jo, Gin & Go. Gin & Go. Ich hab's eingetragen. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Du hast... Du hast... Wie viele Level du machst, bevor ich überhaupt eins mache. Das ist Wahnsinn. Ja, ich hab zwei Level grad dafür bekommen. Krass. Ich auch. Eins, ich hab zwei coulds. Ja, ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ja, ich hab zwei. Was nicht Moin.